Musik 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 Seerosen, Tulpen oder Nelken. Verschiedenste Blumenarten, soweit das Auge reicht. Die Ausstellung La Vie en Rose zeigt die Vieldeutigkeit der Farben und Gefühle in der Blumenmalerei auf. Blumen und Blüten aus den Jahrhunderten sind hier das Motto der Ausstellung. Sie können sich freuen auf großartige Bilder aus vier Jahrhunderten von der Renaissance über den Barock, über das 19. Jahrhundert, Meisterwerke der Kunst, der Malerei bis ins ganz Zeitgenössische hinein. Es gibt Meisterwerke hier zu sehen, zum Beispiel ein Bild von Acimboldo, ein italienischer Künstler aus dem 16. Jahrhundert, mit einem Gesicht, mit einem Porträt, das nur aus Blumen hergestellt ist oder das ganz berühmte Seerosenbild von Monet. Und die sind alle gegenübergestellt den Rosen von Sy Twombly, die man hier im Hintergrund sehen kann. Das sind sechs großformatige, monumentale Bilder in einem Saal, für die Twombly diese Werke extra gemalt hat. Und das sind riesige Rosen, die sich wie eine monumentale Girlande um den Raum herum kopieren. Ein Teil der Werke für La Vie en Rose im Museum Brandhorst stammen aus der Bayerischen Staatsgemäldesammlung. Berühmte Künstler wie Seer Twombly, Jennifer Peker oder auch Claude Monet sind ein Teil des beliebten Suchets der Malerei. Bis zum nächsten Mal. Also es ist einfach eine Ausstellung, die Spaß macht. Es ist ein bunter Strauß an Bildern, die thematisch geordnet sind. Blumen ist ja ein Begleiten unseren Alltag. Blumen sind Pflanzen, die wir verschenken, die wir Freunden, Freundinnen schenken, die wir Menschen geben, die wir mögen, die wir verehren, die wir lieben. Und gleichzeitig sind Blumen aber auch immer ein Reflexionsmedium gewesen. Über alle Kulturen hinweg. Blumen, da projizieren wir sozusagen unser Leben hinein. Das Wachstum, Jugend, Schönheit, Alter, Vergänglichkeit, Tod. Und all diese Themen sind Teil einer komplexen, sich über viele Jahrhunderte, fast Jahrtausende hinweg entwickelten Symbolik. Die Ausstellung läuft noch bis zum 22. Oktober. Und wir haben hier im Museum Brandhaus gerade drei Ausstellungen parallel zu laufen, die über den ganzen Sommer zu sehen sind. Zum einen eine Sammlungspräsentation mit Werken, mit Klassikern von Andy Warhol, aber auch bis ganz aktuelle Künstler, zum Beispiel die afroamerikanische Künstlerin Cara Walker. Und wir haben eine groß angelegte Retrospektive von Nicole Eisenmann, einer amerikanischen Künstlerin, die vielleicht wie keine andere Künstlerin die Kunstgeschichte mit einem, sagen wir mal, feministischen Impetus konfrontiert hat. Insgesamt sind vier Jahrhunderte von der Renaissance bis hin zur modernen Kunst bildlich vertreten. Für den Kurator der Ausstellung Achim Hochdörfer gibt es unzählige Highlights. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich glaube, es ist wirklich eine Ausstellung, die eben Spaß macht, die ein Augenschmaus ist, die wie Blumen anzuschauen einfach ein enormer Reichtum ist an einer Formenvielfalt. Und auf der anderen Seite regt sie zum Nachdenken auch an. Als ich davon gehört habe, war mein erster Gedanke, dass wir hier im Museum Brandhorst den Rosensaal haben, mit den Werken von Seid Wormley und dass wir Teil des Kunstareals hier sind und der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, eben mit der alten Pinnakothek, der neuen Pinnakothek, der Pinnakothek der Moderne. Und da lag der Gedanke natürlich nahe, Meisterwerke aus diesen Sammlungen hier im Rosensaal zu zeigen. Anlässlich des immer noch laufenden Flower Power Festivals möchte auch das Museum Brandhorst mit seiner neuen Ausstellung die Schönheit der Natur zum Ausdruck bringen. Ich habe viele Heide. Ein Highlight ist auf jeden Fall die Seerosen von Monet, das ist Acimboldo, das ist Jan Bruegel, der Blumenbruegel. Ein wirklich zauberhaftes Bild mit der heiligen Familie, die von einer großen Blumengirlande umsäumt ist. Und diese Blumengirlande formt sich zu einem großen M wie Maria. Dann gibt es auch zeitgenössische Werke, die ich ganz großartig finde. Also Georgia O'Keeffe zum Beispiel ist eine amerikanische Künstlerin, die mit zwei tollen Werken vertreten ist. In der Sektion Sinnlichkeit und Lust. Es gibt noch eine zweite Sektion, die ich ganz besonders mag, die handelt von dem Thema Freiheit und Einsamkeit. Dass eine Art von Rückzug immer auch eine imaginative Freiheit erlaubt. Und das ist zum Beispiel eine Zeichnungsserie von Amy Silman zu sehen, die sie gemacht hat während des Corona-Lockdowns in New York. Und da ist sie aufs Land rausgezogen und hat jede Früh am Küchentisch ein Blumenstillleben gemalt. Flora-Fans aufgepasst! Die Ausstellung La Vie en Rose ist bis zum 22. Oktober im Museum Brandhorst zu bestaunen.